erinnert ihr euch auch noch an den 15 mai diesen jahres war nicht gut die landtagswahl und die nächte danach waren auch relativ schlaflos aber eins war echt toll dass wir zusammengehalten haben und nicht auseinander gefallen sind und wir haben uns hier in der landespartei geschworen diesmal arbeiten wir diese niederlage ernsthaft aber vor allen dingen mit dem blick nach vorne auf und mit der vision 27 haben wir gesagt wollen wir mal gucken wie stark und vor allen dingen wie klar sind wir mit unseren aussagen bei den großen fragen der heutigen zeit und das haben wir miteinander bereits diskutiert in sechs zukunftswerkstätten quer im land verteilt haben die genossinnen und genossen miteinander diskutiert und antworten gesucht und wir haben richtig viel was zustande gebracht was wir jetzt hier im landesvorstand auch weiter diskutieren um unsere position zu schärfen und gleichzeitig kriegen wir gerade richtig viele zuschriften bei unserem sogenannten call for papers da schreibt ihr uns als mitglieder aber auch solche die uns gerne wieder wählen würden oder befreundete organisationen wo wir besser werden müssen und heute wollen wir miteinander reden wie wir zukunft gestalten wollen damit nrw 20 27 endlich wieder sozial und gerecht wird und damit ein ganz ganz herzliches willkommen zu diesem zukunftsgespräch dem digitalen ich begrüße sie aus dem fünften stock des frisch renovierten johannes rauhauses wenn ich hier aus dem fenster schaue liegt im nebel da hinten der landtag und wenn man dieses haus da sprengen würde hätte man auch noch einen blick auf den rhein willkommen und das sagt ihn matthias bongart ich bin freischaffender journalist hauptsächlich immer als moderator für den wdr tätig gewesen ich habe mich sehr gefreut dass ich die einladung bekommen habe die heutige moderation zu übernehmen warum weil ich sie auch mit meinen fragen so ausgeschalten darf dass ich als journalist frage dass ich als interessierter bürger frage und dass ich frage als jemand der keinerlei parteibuch in seinem leben jemals besessen hat was ich aber nicht vergessen möchte natürlich auch alle hier im saal zu begrüßen herzen sie dürfen sich selbst applaudieren dass sie den weg gefunden haben herzlich willkommen es ist die erste große veranstaltung in diesem haus überhaupt seit fertigstellung und wir wollen in der nächsten zeit mit ihnen reden wir wollen aber auch nachdenken denn vision heißt ja auch einfach mal zu überlegen und zu denken und offen zu sein für irgendwas was man anstößt und wir haben heute für den kurzen überblick vier große themen zu besprechen das ist einmal die klima und umweltpolitik dann ist es das soziale es ist das thema arbeit und es ist das thema aufstieg also bildung und diesen vier themen widmen uns heute und ich glaube es liegt in der natur der sache dass man zu jedem thema alleine 20 stunden oder 20 tage regen könnte wir werden also mit sicherheit nicht mit einem ergebnis nach hause gehen aber wir werden auch mit sicherheit mit anregungen und mit wichtigen gedanken heute diesen vormittag bestreiten können so damit genug eigentlich erstmal der vorrede der rest erklärt sich von alleine ich nehme sie da auch gerne nachher noch ein bisschen ans händchen sage ihnen auch wie sie mitreden können am heutigen vormittag möchte aber erst mal bevor wir jetzt ins inhaltliche der angesprochenen themen bereiche gehen die zwei begrüßen bei denen ich sagen kann nadja lüners als generalsekretärin und tomas kuschati herzlich willkommen auf der eigenen veranstaltung frau lüders sie haben das gerade angesprochen ein 15. Mai tat weh und ich weiß dass alle politikerinnen und politiker nach mal widerlagen sagen egal welche partei dafür ist der antwort jetzt zu früh wir müssen das erstmal sacken lassen und wir müssen das erstmal in ruhe analysieren ich habe bis zum heutigen nicht verstanden was damit gemeint ist mit diesem analysieren das ist ja nicht wie eine kaputte waschmaschine wo man jemanden dransetzt und er sagt da liegt der fehler der lötstelle den ändere ich und dann tut sie es wieder wie analysiert man wahlniederlagen also als erstes guckt man sich natürlich die zahlen an und mit 26 prozent wahlergebnis ist die eindeutig aber die ist halt nicht überall so eindeutig sondern wir gucken sehr detailliert hin wo haben wir womöglich auch wählerpotenziale einfach nicht abgeholt und wo haben wir sie dazu gewonnen also wir gucken uns das sehr kleinteilig an und wir haben dann gesagt bei einer wahlbeteiligung insgesamt von 55 prozent das müsste alle allen demokraten schwer zu denken geben und haben uns da wissenschaftliche hilfe geholt um genauer zu gucken was hat menschen eben nicht mehr motiviert zu einer landtagswahl zu gehen was stimmt da nicht da bin ich schwer gespannt welche punkte wir da für uns auch mitnehmen können das heißt dass die formulierung in ruhe analysieren die ist jetzt ein halbes jahr später noch nicht aufgearbeitet und nicht final geklärt nee nee wir sind noch mitten im prozess wir befragen auch die wahlkämpfenden sowohl die die ihren wahlkreis gewonnen haben als auch die die ihn verloren haben wir gucken genauer hin wo bedarf es besonderen unterstützungsbedarf für die zukunft was können wir hier auch im johannes rauhaus verändern was müssen wir verändern und vor allen dingen wollen wir keine schlösser bauen also wir wollen jetzt nicht sagen wir machen es wieder demnächst mit den fähnchen und alles wird gut wie in der sparkassen werbung sondern sehr realistisch gucken was können wir als partei tun dass die menschen landespolitik wieder ernst nehmen dass sie sich beteiligen an politischen prozessen und was müssen wir als landesvorstand auch in der fläche womöglich verändern dass alle mitmachen können man das erkennen dass man schnupfen hat ist das eine schnupfen wegkriegen ist das andere ja ja wie mit besseren wahlergebnissen manches dauert so eine veranstaltung wie heute wenn sie vision 27 auch heißt was heißt vision frei denken splienen sich noch nicht festlegen erst mal offene worte hören was ist offen sein und auch in standpunkten nicht festgelegt sein vielleicht auch mal alte standpunkte überdenken und wirklich in einen austausch kommen auf einer ebene wo man nicht sofort sagt das haben wir noch nie gemacht sondern das vielleicht mal zulassen und auch wirklich andere meinungen mal hinhören und und mitnehmen und überdenken weil ich merke gerade es ist alles so schnell und so viel was auf menschen niederprasselt und man ist manchmal auch selber unsicher in den eigenen überzeugungen und die vielleicht auch tatsächlich noch mal zu überdenken dann aber auch eine klarheit zu haben das braucht zeit das braucht gespräch und das braucht diskussion und damit haben wir begonnen und noch lange nicht sind wir am ende wir sind heute bei einem baustein herr kutschaty teilen sie meinen eindruck ich stecke nicht im politikalltag das politik machen deswegen auch immer schwieriger wird weil man nicht einfach nur versuchen kann pardon gutes zu machen sondern man muss sehr oft gucken dass man keine fehler macht politik ist sehr vorsichtig geworden immer mit dem blick wenn wir ein fehlerchen machen hauen uns das die tageszeitungen andere medien die sozialen medien sofort um die ohren ist es so ein bisschen so vor allem ist politik komplizierter geworden es gibt nicht mehr nur schwarz und weiß diese einfachen antworten heute die gibt es nicht und wir haben das alle bestens gesehen in der bundespolitik als der krieg ausgebrochen ist was muss man da jetzt machen wie sind die richtigen reaktionen deutschlands und wenn sie da nicht sofort die eine oder die andere position haben sondern mal versuchen abzuwägen dann gelten sie gleich als zögerlich als nicht durchsetzung stark das ist aber falsch weil man hat nicht immer die einfache antwort sofort parat wenn man das ganz schnell hat dann landet man schnell im populismus weil man versucht bestimmte extreme zu bedienen und wir als sozialdemokratinnen und sozialdemokraten achten ja darauf dass die gesellschaft auch zusammenbleibt das ist ja die die entscheidende aufgabe und wenn ich mir jetzt jüngste umfrage zahlen anschaue zwei drittel der menschen sagen jetzt der zusammenhalt in dieser gesellschaft ist nicht mehr da weil sich zu sehr viel polarisiert in die in die extreme und da eine klammer zu finden für solidarität und gerechtigkeit in dieser gesellschaft das ist die große aufgabe der spd und davor stehen wir jetzt da auch die ein oder andere position neu zu überdenken das heißt aber doch auch dass man nicht große politik machen kann sondern eigentlich in jeden haushalt rein müsste und sagen dass uns mal bei solidarität reden über zusammenhalt und nicht über unterparagrafen des bürger gilt ja wahrscheinlich ist vieles auch zu kompliziert so wir sprechen auch zu kompliziert möglicherweise als politiker im tages alltag und das mag vielleicht auch ein grund mit gewesen sein warum zu viele leute bei dieser letzten landtagswahl gesagt haben er geht mir weg mit politik jetzt gerade ich bin persönlich so gestresst und überfordert coronakrise wirtschaftliche lage inflation ich weiß nicht mehr wie ich meine energiekosten bezahlen kann ob mein arbeitsplatz noch sicher ist und in den schulen läuft gerade auch mies also welche zukunft haben meine kinder überhaupt ihr könnt das doch gar nicht lösen ihr verzettelt euch in vielen details ihr streitet euch ihr polarisiert und ich komme immer wieder zu meiner klammer des zusammenhalts in unserer gesellschaft das das ist das entscheidende was wir jetzt auch als sozialdemokratie sicherstellen müssen dass wir menschen da auch mitnehmen und ja gerne auch in jeden einzelnen haushalt rein wir müssen uns einfach auch mehr öffnen also politik darf ja nicht nur im parlament stattfinden sondern muss auf den straßen stattfinden müssen wieder lebendiger diskussionsfreudiger werden wir haben knapp 100.000 mitglieder in der sozialdemokratie in nordrhein-westfalen das sind alles botschafterinnen und botschafter für unsere idee die wir jetzt noch ein bisschen ausschärfen wollen vielleicht auch an der einen oder anderen stelle neu ausrichten müssen aber dann auch raus wollen mitten in die gesellschaft spd muss an jedem arbeitsplatz in jedem klassenzimmer und überall stattfinden was sie nicht sehen konnten ich saß aus dem augenwinkel das im publikum genickt wurde als sie gesagt haben wir reden auch vielleicht zu kompliziert und vielleicht auch zu sehr intern und demonstrieren politik und demonstrieren nicht volkesnähe wenn man so will frau lüders es ist glaube ich schwer zusammenhalt zu schaffen weil man das nicht in ein wahlprogramm schreiben kann wie skizzieren sie das projekt was sie bis 2027 vorhaben denn sie können nicht überall an der haustür klopfen und sagen bitte haltet zusammen die bitte allein reicht ja nicht wir müssen es erstmal selber leben und die ideen die wir haben um zusammenhalt auch deutlich zu machen die müssen wir glaube ich klarer formulieren diesen zusammenhalt den kann man ja nicht mit einer mit einem gesetz erzwingen oder der muss gelebt werden und dazu müssen wir vielleicht dann doch auch an vielen haustüren klingeln weil ins gespräch zu kommen den menschen zuzuhören und vielleicht auch meinungen manchmal zumindest aufzunehmen die einem selber nicht so wirklich passen um nachzuvollziehen wo stehen die menschen gerade ich glaube das müssen wir wieder vermehrt machen und uns öffnen um die probleme der menschen die so unterschiedlich geworden sind auch in nrw so unterschiedlich sind das was bei mir in dortmund ist muss noch lange nicht in köln gelten und trotzdem kann man glaube ich mit guten beispielen auch zeigen was sozialdemokratischer zusammenhalt in der gesellschaft am ende bedeutet mit dem wie wir klare positionen dann haben werden zuhören werden aber auch lösungsansätze bieten wenn ich mal so in meinem bekanntenkreis frage welchen politiker welcher politikerin schenkst du deine sympathien dann sind das meist keine kognitiven antworten wo es heißt da wurde ein guter satz zum thema straßenbau gesagt sondern eigentlich immer dem glaube ich der glaube ich oder glaube ich nicht oder glaube ich das ist fast so ein so ein hauptkriterium ich weiß nicht ob mein bekanntenkreis komischer ist aber braucht politik auch mehr ehrlichkeit klarheit vor allen dingen und auch ehrlichkeit keine frage ich glaube menschen spüren sehr genau ob man das ernst meint was man da sagt oder ob das so aufgesetzt ist so ein politikersprech wieder und da können wir alle miteinander zumindest im demokratischen spektrum auch dafür sorgen dass demokratie wieder einen stellenwert in unserer gesellschaft bekommt der eben nicht selbstverständlich ist und dafür jeden tag einzutreten das braucht ehrlichkeit und klarheit ja unsere zeit unserer eingangsrunde ist fast um herr kutschaty noch eine frage an sie heißt ehrlichkeit nicht auch dass man den menschen in unserem krisenmodus vielleicht auch jetzt mal offen und ehrlich sagt fort zukunft heißt nicht zwingend mehr fortschritt sondern zukunft heißt vielleicht auch ein bisschen rückschritt naja zumindest sollten wir so ehrlich sein und zu sagen wir können nicht alles reparieren und so machen wie es vielleicht vor einer krise mal gewesen ist werden schon darauf einstellen müssen dass energiepreise teurer werden dass wir unsere energieversorgung ändern müssen wenn wir beim thema klimaschutz unterhalten wollen und dass da auch jeder einzelne gefordert ist aber für politik ist es doch immer wichtig einige wesentliche grundlagen fürs menschliche zusammenleben auch klar zu regeln und für mich sind das ganz entscheidende faktoren wenn ich arbeiten gehen muss ich davon auch leben können da muss ich mir eine wohnung von leisten können und auch mal in urlaub fahren können das klappt heute nicht mehr weil ich maloche und unter schwierigsten bedingungen und unter schlechten löhnen das müssen wir regeln und in den griff kriegen da kommt auch vertrauen wieder hin und müssen in die jugend und in die kinder und in die bildung investieren früher galt mal dieses aufstiegs versprechen also ich bin ja selbst einer der generation der als erster in der familie man abitur machen konnte studieren konnte dass es heute nicht mehr so gegeben und ich weigere mich einfach zu sagen das geht heute nicht mehr so sondern wir müssen die chancen schaffen dafür und die möglichkeiten schaffen und das ist auch tatsächlich unser auftrag aber zur ehrlichkeit gehört auch dazu zu sagen wir können nicht alles sofort machen und alles gleichzeitig regeln und wir sind alle nur noch glücklich in diesem land das ist zwar unser ziel aber dann wird man auch sehr schnell unglaubwürdig also wir wollen jetzt auch wenn wir uns hier auch inhaltlich erneuern natürlich keine leeren versprechungen machen sondern das machbare im auge haben aber gerade die menschen auch im auge nehmen die politische unterstützung brauchen die eben sich nicht fünf anwälte leisten können um für ihre rechte zu streiten das sind wir die spd sind die anwälte dieser menschen mir macht nur sorge dass gerade viele dieser menschen für die wir politik machen wollen bei der letzten wahl nicht dabei gewesen sind und nicht wählen gegangen sind und das ist auch noch mal der gedanke unserer unseres diskussionsprozesses den wir ja jetzt machen wo wir mittendrin sind was muss man da verbessern damit wir auch wieder verstehen aber auch wir wieder verstanden werden sie können verstehen denn sie bleiben heute hier noch und hören sich das an was wir besprechen was auch genossinnen und genossen zu den einzelnen Themen sagen und anmerken lieben dank für die eingangsrunde den gastgeberinnen an dieser stelle ein liebes dankeschön auch fürs kommen bei der eigenen veranstaltung lieben dank